Yo Leute, willkommen zum neuen Video. Ich bin jetzt mal wieder in Deutschland, tatsächlich. Und zwar bei mir in der Nähe hat es so ein paar Dirtjumps, die seht ihr hier im Hintergrund. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal hier. Und da das Video, wo ich die Dirtjumps im Garten selber gebaut habe, extrem gut bei euch ankam, dachte ich mir, ich fahre jetzt nochmal ein bisschen Dirt und schau mal, was sich da so ergibt. Die Line, das sind extrem große Sprünge. Ich weiß nicht, ob ich gleich alle heute springen werde, aber auf jeden Fall hier hinten hat es so einen Step-Up. Den werde ich auf jeden Fall probieren. Und ja, ich würde sagen, fahren wir gleich mal ein, zwei Lines. Und bevor ich jetzt hier gleich aufs Fahrrad steige, sehe ich erstmal einen Helm an, weil das ist was, was ich relativ oft vernachlässige. Aber jetzt gerade, wenn man so große Sprünge fährt oder auch in Waiblingen in der Bowl oder sowas, habe ich eigentlich immer einen Helm an. Deswegen, ja, sobald ich ein bisschen springe, aber beim Streetfahren vernachlässige ich es extrem oft. Deswegen, ja, Helm an Jungs und Mädels natürlich. Ja, let's go. So, ich bin jetzt auf dem Starthügel von der ganzen Welt. Und der Eindruck, oder der Blick darunter, sehr, sehr eindrucksvoll. Ich werde jetzt probieren, mich langsam ranzutasten. Mal zu schauen, ob ich vielleicht ein, zwei von den Sprüngen schaffe in die Landung. Und ja, ich bin die ganze Dirtline noch gar nicht gefahren. Also noch nie, noch nie, nie. Die zwei Step-Ups da hinten bin ich schon mal gefahren, aber die ganze Line noch gar nicht. Deswegen werde ich mich jetzt langsam rantasten und gucken, ob ich irgendwie schaffe, da in die Landung zu kommen, ohne zu sterben. So, ich bin jetzt zwei, dreimal diese Dirtline gefahren. Und ich trau mich einfach nicht richtig drüber zu springen, weil am Ende musste ich hier runter auf die Step-Ups zufahren. Und es ist einfach übelst heftig. Und ja, die Überwindung fehlt noch ein bisschen, deswegen werde ich jetzt einfach probieren, die zwei, also den ganz linken und den ganz rechten Step-Up mal anzufahren. Und wenn ich da jetzt, meine, also wenn ich da jetzt ein bisschen weniger Schiss habe, dann nochmal die Dirtline zu fahren. Aber ich bin absolut nicht der Rampenfahrer, deswegen ist das echt hart für mich, so jetzt so krasse Sprünge zu fahren. Aber naja, ich werde jetzt einfach probieren, das so gut wie möglich zu meistern. Und dann mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja noch einmal mit der Line und dann den Step-Up zu fahren. Wird schwierig. Wird schwierig. So, mit dem Kleinen komme ich jetzt einigermaßen klar. Ich werde jetzt noch probieren, da einen 360 drüber drauf zu machen. Jo, erstens, ich habe jetzt den 360 gemacht, aber der war ein bisschen extrem langsam gedreht. Deswegen werde ich den jetzt nochmal machen und gucken, dass ich ein bisschen besser komme. Ich habe jetzt den 360 nochmal gemacht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das wird nicht besser. Ich bin jetzt einfach extrem waagrecht geflogen und nicht auf die Landung zu. So, ja, ich werde das wahrscheinlich das nächste Mal nochmal probieren. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, dass ich hier mal mit ein paar anderen Kumpels herkomme, die das ein bisschen besser im Griff haben. Und dann nochmal ein Video hier zu machen, weil eigentlich hat der Bikepack hier schon echt viel Potenzial. Also schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt taste ich mich langsam an den großen Rand. Und jetzt geht's mal in die Kommentare. So, ich bin jetzt ein paar Mal den großen gesprungen, aber ich habe es, glaube ich, erst einmal in die Landung geschafft, gerade beim letzten Sprung. Ja, ich glaube, das mit der Line wird heute nichts mehr. Dafür habe ich noch viel zu viel Respekt vor den Sprüngen. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf hättet, hier nochmal ein Video zu sehen, wo ich dann mit Kollegen da bin, die das nicht zum zweiten Mal machen, sondern hier schon ein paar Mal waren. Da werden dann wahrscheinlich auch krassere Tricks bei rumkommen. Aber an sich würde ich sagen, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.